Das ist Lena. Lena ist im ersten Ausbildungsjahr zur Pflegefachfrau. Gerade ist sie auf einer kardiologischen Station eingesetzt. Das ist Herr Mayer. Er leidet an einer Herzerkrankung. Lena soll bei Herrn Mayer die Vitalparameter erfassen. Zu den Vitalparametern zählen neben dem Puls, Temperatur und Atmung der Blutdruck. Der Blutdruck ist ein Maß für die Kraft, die das zirkulierende Blut auf die Gefäßwände ausübt. Er ist abhängig von der Pumpleistung des Herzens und dem Gefäßwiderstand der Arterien. Beim Messen des Blutdrucks kann Lena zwei Werte erheben. Einmal den systolischen Blutdruck. Er entspricht dem Druck in den großen Arterien während der Systole, also der Auswurfphase des Herzens. Der zweite Wert ist der diastolische Blutdruck. Er entspricht dem Druck während der Diastole, also der Erschlaffungsphase des Herzens. Beide Werte werden in Millimeter Quecksilbersäule angegeben. Der Blutdruck wird mithilfe der sogenannten Windkesselfunktion aufrechterhalten. Dieser Effekt sorgt dafür, dass der Blutdruck in der Diastole nicht zu sehr abfällt. Damit dies gelingen kann, haben die Gefäße eine elastische Muskelschicht. In der Auswurfphase des Herzens dehnt sich die Aorta aus und zieht sich in der Erschlaffungsphase wieder zusammen. Dadurch entsteht ein gleichmäßiger Blutstrom. Mit zunehmendem Alter nimmt die Elastizität der Arterien ab und arteriosklerotische Ablagerungen nehmen zu. Dadurch ist die Windkesselfunktion reduziert und das Herz wird stärker belastet. Die Differenz zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruckwert wird als Blutdruckamplitude bezeichnet. Eine vergrößerte Amplitude kann beispielsweise auf eine Aortenklappeninsuffizienz hinweisen. Lena misst nun einen Blutdruck von 150 zu 95. Sie fragt Herrn Meier nach seinem Wohlbefinden, dokumentiert die Werte und vergleicht sie mit den Werten der vorherigen Tage.